Die Soga müssen gestoppt werden. Seit der Zeit Prinz Shotokus hat der Clan die kaiserliche Familie unter seiner Fuchtel. Aber nun sind sie zu weit gegangen. Sie planen die Absetzung ihrer Mutter der Kaiserin und möchten eine gefügigere Marionette auf den kaiserlichen Thron setzen. Prinz Nakano-Oe, sie müssen die Soga besiegen und sie für immer aus ihrer Machtposition entfernen. Aber lassen sie Vorsicht walten. Die Soga kontrollieren die kaiserliche Hauptstadt und sie sind noch nicht bereit für eine offene Konfrontation. Eventuell müssen sie ihre Absichten verbergen, indem sie den Soga Friedensgeschenke anbieten, bis sie mächtig genug sind, um sie zu besiegen. Anführer Steindl in den Spe Tok. Sokante. Sokante. Schuhe! Schuhe! Dibotare! Schuhe! P-B-B-N-E P-B-N-E P-B-N-E Shhh! Golden E-Bortan 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 Shhh! 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 Alla Mas. A la maß, 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 a la maß. So am du? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 z Und werdet ihr? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020